Tony Söderholm, willkommen in der Schweiz in der National League. Die ersten sicherlich intensiven Tage hier in Bern liegen hinter Ihnen. Nehmen Sie uns kurz mit, wie haben Sie das Ganze erlebt in den letzten Tagen? Wie haben Sie die Mannschaft wahrgenommen? Ja, viele schöne Momente, viele gute, intensive Momente. Wir haben viel gesprochen, viel über unsere Taktikweise gesprochen auch. Und dann haben wir versucht, diese richtige Spielstimmung zu finden. Und teilweise war das da heute und teilweise können wir uns noch steigern. Konstanz, demnach ein Thema weiterhin beim SCB. Wie haben Sie jetzt das erste Spiel hier, dieses Zerdinger Derby vor ausverkauftem Haus miterlebt? Wie zufrieden sind Sie denn schon mit dem Auftritt Ihrer Mannschaft heute? Ja, wir wollen die Spiele gewinnen, das ist Punkt eins. Grosshaltige Kulisse, das hat richtig Spass gemacht, auch hinter der Bank. Die Emotionen von unserer Seite waren gut, fand ich. Und wir sind besser und besser ins Spiel gekommen. Wir hatten mehrere Torschancen in den dritten Ritteln, die wir uns auch gut gearbeitet haben. Und ja, von unserem Torwart, der Fibor aus, haben die Jungs richtig hart gekämpft. Und das ist ja auch ein Bestes Dank für die ersten Eindrücke. Vielen Dank.